Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wie mein Kanal funktioniert. Wenn ihr YouTube hier öffnet, dann gibt es ja alle möglichen Vorschläge. Dann könnt ihr hier oben eingeben, einfach Achim Klein und Enter. Dann kommen die ganzen Clips, die ich da gemacht habe, zumindest eine Auswahl. Wenn ihr hier oben drauf klickt, dann kommt ihr auf meinen Kanal. Ja, nur schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und da seht ihr alle Videos in ungeordneter Reihenfolge untereinander. Also alles das, was ich da mal veröffentlicht habe. Ihr könnt aber auch auf Playlist hier oben gehen. Und dann seht ihr die Playlists, die ich erstellt habe. Da gibt es die Paulus Apokalypse, da gibt es die noachidischen Gebote, die Küchenkirche, die 70 Jahrwochen und so weiter. Und wenn ihr zum Beispiel hier drauf klickt, dann läuft direkt das erste Video los. Die 70 Jahrwochen, eine andere Berechnung und so weiter. Hier oben seht ihr zum Beispiel, da ist so ein Infopunkt. Und wenn man da drauf klickt, da sind alle die Videos oder Playlists auch verlinkt, die ich wichtig finde im Zusammenhang mit diesen Videos. Ja, kann man hier oben auf dem X, kann man das wieder löschen. So kann man diese Videos dann anschauen. Und hier neben seht ihr alle Clips, die mit den 70 Jahrwochen zu tun haben. Die sind alle in dieser Playlist. Ja, und die kann man auch hier, kann man die runterscrollen bis zum Schluss. Ja, da sind alle drin bis zum Schlusswort hier unten. Ja, und die sind auch durchnummeriert. Kapitel 121, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Dann könnt ihr, wenn ihr die Videos anschaut, immer wieder hier aufs Nächste klicken. Und dann könnt ihr die auch in guter Ordnung auch anschauen. Anschauen und dann bekommt die ganze Sache so ein bisschen Struktur. Wenn man hier oben auf den Link klickt oder hier auf diesen Knopf eine Seite zurück. Ich nehme hier den Firefox Browser, gibt es aber in allen möglichen Browsern auch. Dann kommt ihr wieder auf diese Seite Achim Klein oder gebt das hier oben wieder neu ein. Ja, dann würdet ihr auch wieder dahin zurückkommen. Dann könnt ihr in den Playlists dann wieder die nächste Playlist euch anschauen. Hier zum Beispiel Daniel 9. Da läuft es dann ganz genauso. Da seht ihr auch hier oben immer so ein kleines I. Wenn man da drauf klickt, hat man hier auch die komplette Playlist. Aber wenn ihr über diese Funktion Playlist hier reingegangen seid, ich mache das hier oben wieder zu, dann seht ihr hier auch alles, was mit Daniel zu tun hat. Daniel 9, Teil 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3. Ich wollte euch das nur kurz zeigen, weil ihr damit strukturiert durch die Clips durchgehen könnt. Manche haben Fragen und sagen, da gibt es doch mal ein Thema, was du noch nicht behandelt hast. Gib uns da doch mal ein paar Infos zu. Wenn ihr diese Playlists hier euch durchschaut, dann könnt ihr eigentlich sehr gut darüber auch die Videos finden, die interessant sind für euch. Das wollte ich euch einfach nur mitgeben. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.